Naja, ist klar. Nur Roller 88 statt, ist klar. Die 88, die zahl der Super-Nazis. Ne, das ist einfach, das ist die Unendlichkeit. Hab ich's gesagt. Ach, wenn du die auf den Kopf trittest, ist das Unendlich-Zeichen. Auf den Kopf? Dann steht er trotzdem auf der Seite. Wenn du die hier hinlegst, meinst du? Die Seite legst. Der stürzt gleich wieder, ah, ah, ah. Der stürzt gleich wieder, ah, ah, ah. Ab, 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 ab. Er stürzt gleich wieder, ah, ab. Oh, nur drauf gekommen. Oh. Weitgesprungen. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das eben geschafft hab, darüber. Na, brauchst du ja einfach nur so. Suchen, was Spiele mit einem nehmen, weil er seht's halt. Nee, lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich hab ich gesagt. Aha. Ja. Aha. Was denn? Bam, bam, bam. Nee. Ach. Hi. Bla, 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 bla. Er drückt auch frische Pilze. Ja, toll. Film, wenn man ein Leben nicht kriegt. Ach, hör auf, du Kanone. Oh, lol. Boah, wie Glück kann man bei dieser Saktion haben. Ich weiß nicht. Deine letzten zehn Leben. Frag mich nicht. Ich hab nur noch acht. Ach, ja, stimmt, du hast ja, wo du es gesagt hast, hast du ja noch Leben gehabt. Ich hatte ja nur zwei Leben und du hattest komplett Leben. Ja, aber wir aufgehört hatten, als du game over was. Beim letzten Mal. Aber das war eben, was für ein Glück. Zap, 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 zap. Ein Glück hätte noch sein müssen, dass ich auch noch da durch weiterkomme. Ja. Toll, weißt du, ich kriege immer so Pech, dass ich genau dazwischenöpfe. Ja. Muss doch sein. Du doch. Der Fleisch stinkt nach frisch. Ich hab noch Fischstäbchen gehabt, ja. Hört doch Fischstäbchen auflaufen. Fischstäbchen auflaufen? Ja, aber das war geil. Kartoffelpüree, dann machst du so eine Stunde Soße darunter, dann kommen Herbsen, dann kommt Fischstäbchen. Ich hab gestern Abend Fischstäbchen gegessen. Und gestern, als ich von der Arbeit wiederkam. Äh, kalte Fischstäbchen. Nein. Nee, nee, keine kalten Fischstäbchen. Warm gemacht. Also frisch gemachte Fischstäbchen waren das. Fischstäbchen. Ich hab gestern Abend. Ich hab ja Fischstäbchen gemacht, gegessen und dann hab ich mich um 16 Uhr pengelegt. Der Fleisch hat einen Schaden, aber so einen gewaltigen Riesenschaden. Nö, keine Lust. Warte, machst du fünf Leben oder vier Leben? Fünf. Oh, du bist ein Cheater. Ich bin gerade noch nicht abgestürzt. Ach nee. Jetzt steht's auch nicht mehr ab. Jetzt musst du's durchspielen. Jetzt musst du's durchspielen. Cheater. Kein Feuer. Ach ja. Dem. Dem. Keine Ahnung, wo dran das gerade lag. Vielleicht, weil ich zu viel gequatscht hab wieder. Ja. Was ich in letzter Zeit ganz gut kann in den Aufnahmen. Ich weiß auch nicht warum. Quasselstrippe. Das, das hat's halt wirklich auch. Und wenn ich Minecraft Singleplayer aufnehme. Lava, 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 lava. Und wenn du quasselst, dann lenkst du dich selbst damit ab. Irgendwie ja. Warte mal. Was hast du davon? Keine Ahnung. Oh, nicht viel. Ich weiß, dass das nix bringt. Tumbo-Attacke. Tumbo-Attacke. Bam, bam, bam. Flasch ist so dumm. Was war das denn für'n Geleggeben? Wieso nicht? Hi. Mein Name ist Schildkröte. Bring mal nochmal auf ihn rauf, aber war ja wohl nix. Sein Name war Schildkröte. Das ist, weil ich meinen Maul eben gehalten hab. Und jetzt ganz leise Flash. Pssst. Und jetzt darfst du's wieder reden. So. Äh. Ah. Ich hab eh nur ein Leben. Das ist... Was? So... Useful. Useful? Ja. Und jetzt schaffst du's auch durch. Warte ab. Oder schieß dich selbst wieder ab. Ach doch nicht. Aber ich fand das immer noch geil mit dem Panzer, der da stecken geblieben ist. Und da... Damals spungst du nicht? Weiß auch nicht. Kommst du erst mal richtig rauf, aber spunkst du nicht. Ist richtig. Ja, ist ja richtig. Nun, danach ist's falsch. Ja. Ist dir keine Abkürzung zum Ende? Nee, weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht. Guck mal, der hat einen Pickel, die Sonne. Ach, die Wolke, genau, die Sonne. Ja, Flash, alles. Alles wird gut, Flash. Okay, hier noch schalten. Okay, ich glaube ich auch nicht machen. Ich muss eigentlich die ganze Folge machen. Nein, da gibt es keine Abkürzung. Fand ich da rein? Nein. Lass mich da rein. Ich will, ob ich hier stehe. Das lauft, dann schaffst du es nicht. Ja. Ich will, ob ich hier davor stehen. Ich bin aber gesprungen. Ja, genau. Ja, ich bin. Das haben alle gesagt. Das ist Sparta. Lass mich da durch. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Hallo, ich hoffe, ich bin noch nicht abgeschürzt. Noch nicht, ne? Soll ich weitermachen? Nein. Das nervt. Das nervt. Das nervt mich. Wenn zwei Chaoten aufnehmen, das kann nie was werden. Juhu. Oh nein. Gib her. Ausgetrinkst. Das war geplant. Ja, ja. Das sagen sie alle. Echt? Wenn zwei Chaoten aufnehmen, das kann ja nichts werden. Oh, ey. So. Jetzt bring mir Glück. Fick dich! Ja. Pech gehabt. Oh, Mann ey. Dem, dem. Ah! Für den hast du eigentlich nur noch eins. Zwei. Nein, denn davor musst du ver... Ach, labern, ey. Du, der trifft den letzten und den zweiten. Ja. Oh, ist das behindert. Naam. 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 Soll ich mal den Gapole andersrum halten? Okay, warte, jetzt halte ich den andersrum. Soll ich den Fotos schicken? Nee, du brauchst nicht. Ich glaub's dir, Zucker. Oh, das wird echt behindert jetzt. Warte, darf ich da springen? Wie soll ich denn jetzt rennen mit dem Finger? Das geht nicht! Das ist das halt. Ich glaub's dir, Zucker, dass du das machst. Okay, wir probieren jetzt auch. So, jetzt hab ich noch fünf Leben. Okay. Äh? Äh? Okay. Äh? Äh? Jetzt, jetzt musstest du ne Facecam haben. Ganz ehrlich. Oder ne Controller-Cam. Wie behindert! Okay, neue Runde, neues Glück. Das ist total behindert! Bist du auch. Du denkst so... Okay, du kannst stehenbleiben, weil du nicht rechts gedrückt hast, sondern links, ne? Weil du denkst, ja, läuft's ja eigentlich zurück. Alles klar, du darfst noch mal stehen da vorne. Tja. Warte, soll ich mein Handy in ne Fresse halten und das aufnehmen? Ist klar. Warte. Dann kannst du aber nicht reden. Dann musst du... Ich hab doch nicht mal Licht hier. Wo ist denn ne Cam da drin? Flash hat nen Knall und ist ein Schwein. Kann ich das so hinstellen? Kann ich das gar nicht so hinstellen? Kann ich das an meinen Bauch anlegen? Ich müsste das eigentlich so an meinem Bauch festkleben. Ja, so seh ich ja auch nicht. So. Aha. Grass ist so doof, doof. Warte, lass das. Das geht statt. Ist zu Video wechseln? Es hat echt einen Schaden, Leute. Handy aufnehmen. Alles klar. Und da hat er gerade die Aufnahme echt gestartet Sicher? Okay Hast du ja auch die Zeit gemerkt, ab wann? Ist egal Alles klar? Alles klar Wie viel Leben hattest du noch? Deine letzten 5, ne? Oder letzten 4 jetzt, ne? Okay, dann mach ich das so lange noch Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht eigentlich mit der Ich muss das so ein bisschen höher halten Ich muss ja mal gucken, ich hab das jetzt einfach unten hingelegt Ich kann den Kontroller jetzt noch behindert haben Ja, du bist ja auch behindert, ganz ehrlich Stimmt, stimmt, stimmt Außerdem kann ich noch die Folge anhören und das dann reinschneiden Ja, das war bei mir ungefähr bei 48 Minuten, hast du angefangen Ja gut, das erste ist ja egal Lass mich da hoch Ey, ich hab's geschafft Er macht echt Kontrolle auf den Kopf, zocken Ist das dein Ernst jetzt? Hey Leute, der ist verrückt, der Typ, ne? Und wenn das jetzt wirklich in der Aufnahme mit drin ist, ey Ich hab, ich hab, ich hab, das Handy hab ich ja so gehört Ja, ja, ich weiß Oh nein, okay, das ist total schwer Okay Das ist ja total behindert Aber überleg mal, wie weit du gekommen bist Du bist doch krank, ganz ehrlich Okay, naja, Runde, neues Glück Ja, ich musste mich erst daran gewöhnen, dass ich mit dem kleinen Finger Äh, die Renntaste gedrückt halte Okay Und Laufen nur noch gedrückt halte Aha Dann brauch ich ja nur noch springen fast Bis da vorne hin Ja, toll, jetzt bin ich zu weit gerutscht Wo ich voll, diesmal war ich volle Kanne abgelenkt eben Okay Okay Hä? Der ist so behindert, der Typ, ne? Ich weiß nicht, wie viel man von der Ich halte das mal, glaub ich, mal so dann Bisschen wir mal an der Kamera und so So eine Scheiße Du bist dumm Nee Doch Ah, fuck Boah, das ist echt hart Ja So kannst du es ja, wenn du normal zockst Aber wenn du andersrum Kann ich meine Hände Warte mal, ich nehme jetzt meinen linken Arm Also mit dem Controller geht das schon mal gar nicht Okay Nee, das geht gar nicht Ich wollte gerade meinen linken Arm auf die rechte Seite machen Alter, das ist ja noch behindert Ja Überkreuz? Ja, überkreuz wollte ich noch spielen Aber dann spiele ich ja fast wieder normal Ja, ist klar Du musst ja nur die Hände noch drehen Du bist so dumm, ne? Und wenn ich dich kenne, schickst du mir wahrscheinlich gleich über WhatsApp das Video, ne? Ich weiß gar nicht, ob das die Größe so, oder ob das passt mit der Größe Sollte eigentlich Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt Ich weiß auch gar nicht, wie gesagt, ob ich das Passen mit der Linse aufnehme Ich will's hoffen Ich halte schon die ganze Zeit den Controller ein bisschen weiter oben Dass das Fleisch drin ist Weil mit Handys aufzunehmen ist Nee, weil wenn du's echt machst Dann kann ich, wenn du spielst, das bei mir in der Aufnahme auch mit einblicken Ja, aber ich hab jetzt keine Belichtung, ne? Am Handy Ja und? Ist das jetzt so die Belichtung von der scheiß Lampe, die ich angemacht hab extra Ja und? Ist doch egal Ja Man kann ja nix n bisschen ansehen Weil ich hätt nie gedacht, dass ich das so ne Bene auch mache Hm? Guck, ich bin da ein bisschen in der Aufhänge gekommen Wenn ich jetzt noch weiter geschafft hätte, ne? Ich hab mich ja kaputt gelacht Ja Ich glaube, das mit dem Stern wär ein bisschen schwer gewesen Oder mit dem... Meinst du? Mit dem Springen auf die Dinger, ja Tschüss Die sind so dämlich und laufen echt in den Abgrund rein Ich bin schon cool, ich lauf aber geradeaus Oh, ist ne Abgrund, ach, ich lauf einfach weiter Ich laufe auch nicht, scheiße, schon wieder Sicher Das ist schwer, glaub ich Das glaub ich auch, dass das schwer ist, verkehrt rumzuzacken, so Dem, dem muss auf den Kopf zacken Aufstand machen Das hatte ich auch erst überlegt Ey, was war das? Alles klar Ich war jetzt wieder voll Brain-Afghan, aber richtig Okay, jetzt mach ich noch Soll ich noch abstürzen nochmal? Okay, ich mach nur eine Runde auf den Kopf Ja Okay? Ja Okay 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 die Runde nächste Runde Das war's Das war's Ja, der hat schon den Groove da drin Da hat schon den Groove da drin Ich hab schon den Groove da drin Aber T.S. zeigte mir 33 an Ja ja, 33 plus minus 13 grad gewesen Es geht immer Besonders durch den neuen Router geht das Bei dem alten Router hätte ich jetzt schon richtig Probleme wieder gehabt Ja Oder ein Disconnect Oder so, ja Ja Die 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 So Hallo Hallo Hä? Ist klar. War ich Hallo-Hallo-Sack? Ist klar, dass du dann weiterkommst. Ja, ne? Nee. Unter Unterrusch. Weg war ich. Aber 115 Sekunden hatte ich diesmal noch. Ach, war ein bisschen schneller. So. Willst du wieder gerückt halten? Flash ist so bescheuert. Nee. Doch. Warum? Na so. Du musst auch keinen Grund haben, dass ich dich bescheuert nehme, weißt du doch. Okay. 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 Hey, dass der das auch noch kann. Meine Füße. Das ist schwer hier vorne. Da muss ich schnell loswerden. Da ist der Game Over gegangen. Jetzt muss ich das stoppen. Ist sowieso drin. Bip. Einmal quitten, bitte. Einmal quitten? Okay, wie lange war das denn? Was? Ne, das war noch kein. War so. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Es war einfach das Ebo. Warte mal. Jetzt müssen wir uns angucken, ob man was sehen kann. Starte. Handy. 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 Du, wie du. So wie du. Den Sound mit ANGEL. Das heißt, müsst ihr eigentlich in den Zoller sein. Na, okay. Handi. Hallo. Ja. Ich kenne das nicht funktionieren. Na ja. Vermessen kann machen. Oder auch, das tun ja die Aufnahme enden, wie ihr gesagt. Gut, Leute, ihr wisst, ihr habt's gesehen, wir haben das nicht mehr geschafft. Und dann sagen wir, wenn wir hier Super Mario Bros. 1 und machen demnächst bei Super Mario Bros. 2 weiter. Es sollte eigentlich zu zweit gehen, wenn ich mich recht hinpinne. Wenn nicht, dann starten wir beim dritten Teil gleich, das ist ja auch nicht schlimm. Gut, Leute, wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen, eure Rumgefäle. Ne? Hä, wir fehlen noch niemals. Aber wenn ihr jetzt gesehen habt, das kleine Video von Flash, wie der Controller falsch rumhält. Ich fühl mal offen, dass da was rausgekommen ist, dann können wir es ja nicht. Das ist wegen der Hymne. Tschüss! Dann, tschau tschau!